Guten Morgen, es ist Dienstag früh. So, ich stelle jetzt mal, wir sind live in der Boutique natürlich, ich stelle jetzt mal ein paar so sehr, sehr schöne kleine Ensembles vor, hier, bitteschön, mit kleinen Jäckchen, sehr, sehr schön, sehr schön, jawohl, jawohl. Die ganz, ganz Sachen, die dann, schau her, das finde ich ganz cool, ganz cool. Also sagen wir mal, man war schon mal so angezogen, wenn man alt genug wird, hat man das alles schon mal angehabt, aber ich finde es schon immer noch cool. Langes Hemd, kurze Weste auf ein bisschen Figur, weite Hose, schöne Farbe, das Hemd sowieso ist schön, da haben wir ein kleines Anzücherl, sehr schön, ein Anzücherl. So, also das war jetzt mal das. Jetzt soll ich einmal ein wenig dekorieren und dann geht das weiter. Jetzt trinke ich erst einmal einen Kaffee. Und dann, na, da gibt es genug zu tun halt. So, jetzt ist schon wieder ein wenig Zeit vergangen, jetzt geht es einmal weiter. Also, schau mal her, ganz, ganz schöne Lederjacke in schwarz, Hose dazu. Die ist toll da, die ist ein bisschen so, das ist ein wenig mehr zeitlos, gell? Hier haben wir einen tollen Rock, Bläser, neuen Schmuck, da gibt es auch die passenden Ohrringe dazu. Der Bläser ist so wie dieser Rock hier, der mit der Schleife, das ist so ein bisschen das stärzte, das Material, ganz süß hier der Bläser, gell? Passt zu allem, da ist jede Farbe drin für den Herbst, passt alles dazu. So, schau her, die ist auch wunderbar. Kleid, Langarm, schon ein bisschen was festeres. Das ist ein Anzug, da gibt es dann Hose dazu und, und. Ich zeige jetzt nur die Sachen, die vorne hängen. Das ist auch sehr schön, auch mit diesem Gewandel drüber da. Das Gewandel, das ist ganz was Praktisches da. Und das Kleid auch, das ist ohne Arm, Seite, sehr schön. Pullover, na, die ersten Pullover, haben wir da hängen. Da wollen wir mal schauen, aber, ach Gott, wie die sich anfühlen. Oh, ist so schön, so süß mit den Butterflies, schau halt her. Na, ja, ah wei, Gott, jetzt bin ich da direkt draufgetreten. Ja, dann weck er noch einmal, da. Na gut, na gut, also. So, da, ach nein, da sind wir fein noch nicht fertig. Schau her, da haben wir einmal Leo Kleid, sehr wertig. Ist ja auch ein bisschen fester, hat Taschen, hat Arm, hat eine sehr schöne Länge. Ist gut, ganz gut. So, dann haben wir hier ein Röckchen. Man kann natürlich die Bluse, die ich jetzt eben gezeigt habe, das ist doch auch was Süßes, was, mit dem Ausschnitt da. Das ist ein kürzeres Leinenoberteil, das ist das Rockerl. Ist schon süß, schon süß. Also, jetzt höre ich mal wieder auf und mache dann später weiter.